Wenn Daniel auf Du ist, hält Anton die Stellung, hält Anton die Stellung, hält Anton die Stellung, der Träume von Februar. Er rockt die Bühne, die Leute tanzen, wild, sie gehen ab wie eine Rakete. Es ist ein Beat, der uns alle mitreißt, die Musik und laut kein Ende in Sicht, die Tannen schreien, die Beißlein pulsiert, Anton gibt den Tag vor, er ist unser Welt. Der Träume von Flüttel, hält die Stellung, hält die Stellung, er gibt uns den Glückwunsch, der uns alle verbindet, den Träume von Flüttel, er rockt die ganze Welt. So, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 214. Wir haben Folge 214. Am 16.05.2024, Daniel Hütmann ist auf Tour und wie ihr gerade schon in diesem fantastischen Song gehört habt, der Drummer von Flubbe ist da, nicht Anton, sondern Antoine. Hallo. Hallo. Zum gefühlt 5., 6., 7. oder 8. Mal, ich weiß es gar nicht, aber schön, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung. Ja, irgendjemand muss ja Daniel vertreten, der ist jetzt erstmal den ganzen Sommer weg. Das heißt so, in so einer Beziehung ist das so, man lebt sich so auseinander, durch den Job. Ja. Aber cool, dass wir jetzt so miteinander zusammenkommen. Fantastisch. Somit haben wir immer noch die Möglichkeit, Hauke. Ja, somit haben wir immer die Möglichkeit, noch mal morgens um 8.15 Uhr einen Podcast aufzunehmen. Ich habe noch niemals so früh einen Podcast aufgenommen. Geht's dir gut? Wunderbar. Oh, fantastisch. Ich habe auch noch keinen Kaffee getrunken, aber vor uns ist gerade ein Red Bull Light und eine Cola. Und ja, wie ihr gerade gehört habt, hat Künstliche Intelligenz wieder einen klasse Fluppe-Song geschrieben, oder? Besser hätte man ihn nicht schreiben können. Besser hättet ihr ihn auch nicht schreiben können. Hätten wir nicht. Nein, also keine Ahnung, Gesänge, keine Ahnung, aber Gitarren und so, das war schon alles. Das ist fantastisch, ne? Und hast du ein bisschen Angst davor, was in den nächsten zwei bis drei Jahren passieren wird? Nee, habe ich nicht. Aber so, nö, habe ich nicht. Aber ich finde es schon interessant, was man damit alles mittlerweile machen kann. Hast du ein bisschen ausprobiert schon mal damit? Nee, gar nicht, aber ich habe natürlich aufmerksam irgendwie das Tutorial von dir und Daniel irgendwie vor ein paar Tagen, ein paar Wochen mitgekriegt, was du da so mit ihm gemacht hast. Und da war ich schon echt erstaunt drüber. Ja, ich bin selber auch erstaunt und glaube halt, da wird so in den nächsten ein bis zwei, drei Jahren werden ein paar schon, werden schon einige KI-KünstlerInnen halt kommen. Ja. Und von einem befreundeten Produzenten weiß ich schon, dass er schon ein, zweimal die Situation hatte, dass Leute mit einem KI-generierten Song zu ihm hingekommen sind und meinen, ja genau den wollen wir aufnehmen. Krass. So. Und was denn? Hier oben? Nee, 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 hier oben nicht. Okay. Hier oben nicht. Den will ich versuchen auch nochmal hier an den Start zu bekommen als Gast, weil der halt auch gerade dieses Gefühl gehabt hat, na, so ja, noch fünf Jahre und dann habe ich keinen Job mehr. Ja, aber, naja, solange Hamburg feiert, du hast ja gerade schon gesagt, ist ja ordentlich was los gewesen, dieses Wochenende. Und ich sage halt einfach nur, St. Pauli, St. Pauli. St. Pauli ist erstklassig, der HSV hat die Klasse gehalten. Ja. Und ist jetzt, habe ich in irgendeiner Schlagzeile gelesen, ist jetzt der längste Dino in der zweiten Liga. Quasi gesehen, der Brachiosaurus der zweiten Liga. Dann hatten wir Hafengeburtstag, dann hatten wir Online-Marketing-Rockstars. Online-Marketing-Rockstars. Mit abgesperrten Karo-Viertel, habe ich mir sagen lassen. Wie bitte? Ja, die haben das gesamte Karo-Viertel wohl, also einfach abgesperrt, kommst du nicht mehr rein. Ist total krass, ne? Warum haben die denn das Karo-Viertel abgesperrt? Ich denke wohl vor allem aus Sicherheitsgründen, ne? Weil war ja irgendwie, Kardashian war da und Kim Kardashian war da. Robert Habeck war auch da. Robert Habeck habe ich auch gesehen, genau. Und das ist wahrscheinlich, wenn man genug Geld auf den Tisch legt, kriegt man wahrscheinlich offensichtlich die Stadt, Klammer auf Polizei dazu, großzügig das abzusperren. Das fand ich auch schon echt extrem, ja. Wow. Und wir sind ja noch nicht fertig. ESC war noch am Wochenende. Ja, einfach nur so nebenbei mit reingespült. Auch noch. Und das haben sie, glaube ich, auf dem Spielbudenplatz, haben sie das übertragen? Weil da eine große, sonst war das immer auf dem Spielbudenplatz, habe ich überhaupt, ich habe gar nichts mitbekommen. Nee, genau. Und war das nicht sonst auch immer moderiert von Barbara Schöneberger? Die war aber diesmal bei den, die sich in Malmö, glaube ich, unterwegs. Sondern hier die Ex von Christi, die Ex von Johannes Oerdinger hat auch hier moderiert, wie heißt sie? Ina Müller. Ina Müller hat auf jeden Fall, ja. Ja, also Hamburg platzte bei, und auch noch gutes Wetter, also Hamburg platzte aus allen Nähten irgendwie. Richtig. Zu welcher Veranstaltung konnte man dich denn treffen? Ähm, ich war tatsächlich... Nicht beim OMR. Nee, da war ich nicht genau. Ich finde das richtig, ich finde das irgendwie echt dusselig, ehrlich gesagt. Ich finde es, ähm, es sind irgendwie komische Leute da. Ich finde manche Panels, manche Talks fand ich interessant, manche Gäste auch und so, aber, ähm, ich bin da irgendwie kein Fan von. Ähm, ne, ich finde es irgendwie so eine ganz, sagen wir aufgeblasene, ähm, Bubble. Ich verstehe schon deren Bedeutung, aber sie machen sich auch sehr, sehr wichtig, finde ich. Ja, warst du da? Nein, ich war nicht da. Ich habe gehört, dass man die Panels, also ich wäre auch gerne wegen den Panels da gewesen und habe dann gehört, dass die Panels dann sowieso übertragen werden. Also, dass man gar nicht... Ticket braucht. Äh, eigentlich kein Ticket braucht, sondern dass man die Panels dann halt einfach nachschauen kann. Und ich habe jetzt auch gerade diesen, ähm, den Robert-Habeck-Panel gesehen, wo Robert Habeck auch wirklich, äh, mit einer, äh, unfassbar motivierenden Rede, ähm, Markus Lanz zur Seite stand oder andersrum. Und Robert Habeck gibt mir immer ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie er das schafft, aber man kann sie ja auch, man kann, man kann ja auch so viel labern über den, wie man will. Aber ich finde, das wäre ein fantastischer Bundeskanzler geworden, glaube ich. Also, für mich im Gefühl, weil der so eine, der hat so eine, so eine ehrliche Motivation und der, der nimmt mich so mit. Also, der Typ nimmt mich halt einfach mit. Es ist ganz egal, ob der jetzt von den Grünen kommt oder ob der, es ist wurscht. Der Typ an sich gibt mir einfach ein besseres Gefühl als ein Olaf Scholz. Ich habe mir bei YouTube dieses Video mit Eva Schulz angeguckt, das war aber nicht Habeck, sondern Lindner, Christian Lindner war im Interview mit Eva Schulz. Und dann dachte ich auch so, ja, wow, also, der kann auch schon reden. Und ich weiß aber, ich würde jetzt nicht die FDP wählen, das ist nicht meine Partei. Aber ich will damit unterstreichen oder verstehe, was du sagen willst. Also, dass die Leute sozusagen, das sind halt Spitzenpolitiker, die können halt reden, die können halt auch motivieren, einen mitnehmen. Das fällt immer so bei den ganzen anderen medialen Berichten mit, Ampel streitet sich und so weiter und so fort, fällt das ja immer häufig unter den Tisch. Also, für sich genommen sind die, glaube ich, alle auf jeden Fall ziemlich fähig. Sehr kompetent, aber recht uneinig. Und dann merkt man natürlich, was für ein politisches Wochenende es auch gewesen ist. Wenn man halt mal das Guter auf der, wie heißt das, auf der Ponton-Bühne am Hafen mal rausnimmt. Warst du da? Kannst du ein bisschen berichten? Ich war da. Mein lieber Freund Kevin, der mit mir halt auch das eine oder andere Video gemacht hat, der war verantwortlich für die Bespielung der Leinwände von der NDR 2-Bühne. Und dann habe ich den halt einfach irgendwie jeden Tag mal besucht. Er saß da in seinem kleinen Zelt, hat er dann sein Office dann gehabt, hat auf die ganzen Bildschirme geguckt und hat immer Regie-mäßig quasi in die Bilder reingefahren. Und dann habe ich mir diesen Hafengeburtstag mal von hinten, den Hafengeburtstag von hinten gegeben. Und immer wenn da was ganz Interessantes auf der Bühne gewesen ist, bin ich da hingegangen, habe mir das Ganze angeguckt und war auch sehr erfreut, dass da eigentlich, die ganze Zeit waren da wirklich Bands auf der Bühne. Das fand ich toll. Ich habe das gesehen in deinem Feed. Du warst bei Tina und bei Denmantau und so ein paar Sachen hast du da auch gesehen. Genau. Tina, Denmantau, Weißcracker. Also im Prinzip so ein bisschen, wie kann ich das sagen, ohne dass das so despektierlich klingt, im Prinzip so ein bisschen Logo- und Knus-Bands. Ja. Und war auch gut. Also kam gut an. LeFly habe ich gehört, da war ich schon nicht mehr da, haben den Platz da halt zerlegt. Scooter auch. Könnte man sagen massenkompatible Rockmusik? Massenkompatible Rockmusik für Touristinnen und Menschen, für die der Hafengeburtstag etwas ganz Besonderes ist. Ich glaube, ich bin auch das erste Mal seit zehn oder elf Jahren so wirklich lange auf diesem Hafengeburtstag gewesen. Also kontinierlich jeden Tag Kevin besucht und so ein bisschen das Ganze eingeatmet. Und es war auch schön. Also wenn man sich so ein bisschen so rausgezogen hat, so ab 17, 18 Uhr war das dann halt so diese übliche typische Bierlaune. So straßenfest mäßig. Ja, das ist eine unangenehme Bierlaune. Und ich glaube, die Menschen waren erstmal super motiviert, weil es einfach auch seit gefühlt irgendwie einer Woche Sommer ist. Und es waren unfassbar viele Menschen da und ich glaube, das hat die Polizei dann halt auch gemerkt an dem Tag, als Scooter gespielt hat. Also ich glaube, am Freitag war das, weil, sagen wir so, es gab einen großen Andrang an der S-Bahn und einen so großen Andrang, dass, glaube ich, 26 Menschen verletzt worden sind, weil die sich halt alle durch die Gegend geschoben haben, wie das Menschen halt so machen, wenn sie nicht bei der OMR sind und zu Kim Kardashian wollen. Hast du dieses Kim Kardashian-Video gesehen? Das ist gar nicht von der OMR selbst gewesen, sondern irgendjemand hat es gepostet oder ich glaube, jeder hat es gepostet, dass er Kim Kardashian gesehen hat. Also wirklich, Kim Kardashian kam auf die Bühne und nur Handys wurden gezogen. Krass. Und ich habe einfach gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und Kernaussage oder einer ihrer Kernaussagen von dieser halben Stunde Talk da war, du musst hinter dem stehen, du musst hinter dem stehen, auf Social Media, was du machst. Du hast, wow, okay, also wenn man da für Kim Kardashian einfliegen muss. Endlich haben sich die 500 Euro, die ich dann für diese Karte bezahlt habe, belohnt. Ja, mindestens 500 Euro bezahlt, genau. Und auch die Gage, die sie bekommen hat, die muss ich ja auch für diesen Satz wirklich rechtfertigen. Das war doch einfach ein einziges Name einkaufen da. Also das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ich habe auch gehört, dass du dich für nur, du warst nicht safe in allen Panels drin, du musstest dich für Panels bewerben. Das wusste ich gar nicht, dass man sich für Panels teilweise bewerben muss und man noch gar nicht weiß, ob man in gewisse Panels halt hineinkommt. Das kann also sozusagen sein, dass du eigentlich wegen bestimmten Panels da bist, auch jobmäßig, aber gar nicht reinkommst und dann da einfach stehst mit deinem Kärtchen um den Hals, wie die anderen tausend Leute mit dem Kärtchen um den Hals. Und dann guckst du dir halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Menschen an, die sagen, wie sie auf TikTok berühmt geworden sind mit diesem einen ikonischen Satz. Ja, du musst hinter dem stehen, was du machst. Ja, du musst, Antoine, du musst doch hinter dem stehen, was du halt machst. Was ich auch total interessant finde, ist bei der OMR, dass egal, ob sie jetzt auf der Messe sind oder nicht, die Leute halt einfach die ganze Zeit mit ihrem Kärtchen rumlaufen. Das war eine kurze Zeit lang beim Reeperbahn-Festival auch noch, das hat sich aber, finde ich, in den letzten Jahren so ein bisschen, ist nicht mehr so zentral. Dass die Leute hier ihre Bände, Badges noch tragen, auch abends noch, am Samstagabend teilweise auch noch und so und das auch so, finde ich, so präsentieren auf dem Kiez. Das, finde ich, hat irgendwie abgenommen in den letzten Jahren, aber die OMR-Leute auf jeden Fall, so als hier, ich bin Teil von irgendwas, entweder das oder vielleicht auch so ein bisschen als Wiedererkennung gegenüber anderen OMR-Leute-Besuchern, so die halt irgendwie in der Stadt rumschwirren, hier, wir sind auf einer Wellenlänge oder ich suche auch den Weg oder keine Ahnung. Ich glaube, es geht ja schon um Abgrenzung oder ich gehöre dazu mäßig. Oder wir sind auf der Suche nach einem Zimmer. Ich habe keine WG, die haben ihre Wohnung für dieses Wochenende oder für die Tage, inklusive den, ich glaube, vier oder fünf Tagen, also schon auch nicht wenig und also inklusive der Veranstaltungstage und ich glaube, ein oder zwei Tage davor, haben die letztes oder vorletztes Jahr vermietet. Das war eine Vier-Zimmer-WG und die haben, ich glaube, anderthalb Monatsmieten dafür bekommen, weil irgendeine Firma hat das halt bezahlt für ihre Mitarbeitenden. Ja, weil die, es ist alles voll. Es ist ja auch alles voll. Ich finde es ja auch total gut, dass man sowas wie die OMR direkt auf dem Hafengeburtstag macht. Dann kannst du nämlich die Leute auch gleich trennen. Obwohl die OMR ging doch nur bis Donnerstag, oder? Ich habe eigentlich gedacht. Die Donnachter, glaube ich, ne? Ja, nur zwei Tage. Ja. Ja, vielleicht sind wir nächstes Jahr dabei. Ja, also. Als was wärst du dann dabei? Als Künstler. Wie immer. Oder Besucher. Als stiller Beobachter. Im Sinne von, wie hast du dich hier wieder reingezeckt? Ja, ist das sehr gut, ja. Und da würden wir auch alle applaudieren, weil wenn du dich für einen Ticketpreis von 500 Euro irgendwo einzeckst, da hättest du auf jeden Fall den Respekt von uns. Ja, irgendwie kriege ich das schon hin. Nee, hat einen komischen Vibe, finde ich irgendwie OMR. Vielleicht verstehen wir es nur nicht. Vielleicht sind wir auch zu alt. Da habe ich auch dieses Wochenende relativ häufig gehabt, dass junge Menschen zu mir angekommen sind. Und während der OMR war ich eingeladen auf einer Bürofeier von einem jungen Label, was sich gegründet hat, mit nur jungen Künstlern. Und habe mich oft oder sehr oft das Gefühl gehabt, für mein Alter entschuldigen zu müssen. Mit diesem Blicken, was macht dieser alte Mann denn da vorne am Fenster? Und warum ist der hier auf unserer hippen Party? Und da hast du dann halt so junge DJs aus dem Elektronikbereich, die halt erst 22, 23 sind. Aber Millionen monatliche Spotify-Hörerinnen haben, nicht mit ihren eigenen Tracks, sondern mit den Tracks, die sie geremixed haben. Und sind halt lange unterwegs, irgendwie über Hongkong, über Paris und legen dann halt einfach auf. Aber mit denen ins Gespräch zu kommen, ist auch, als wenn man so zwei Sprachen sprechen würde. Ich habe dann so eine junge DJ gehabt, die innerhalb von Corona sehr, sehr erfolgreich geworden ist, weil sie Livestream-mäßig aufgelegt hat. Und wollte mit denen so ein musikalisches Gespräch geben und habe dann einfach nur gefragt, wann kam denn der Zeitpunkt für dich, wo du gemerkt hast, hier gibt es einen Break. Also hier passiert etwas. Das fand ich eigentlich, war eine legitime Frage. Und das Einzige, was sie geantwortet hat, ja, als ich mir Zöpfe gebunden habe. Und ich hatte gedacht, das wäre ein Joke, aber das meinte sie dann vollkommen ernst. Und da habe ich dann in dem Moment gemerkt, ich glaube, dass, also, vielleicht... Das ist auch ein ganz anderer Blick dann drauf, ne? Ja, wie wir immer hier hin und her wanken von St. Pauli, OMR und Hafengeburtstag. Du wolltest noch mal was fragen, im Sinne von, was ist denn da auf dem... Ja, genau. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig mitgekriegt. Was war denn, wenn du schon da warst, was war denn nun mit Scooter da? Kannst du es noch mal, hast du es mitgekriegt, wenn du da warst? Ne, also ich wollte dem Ganzen, wollte ich aus dem Weg gehen. Ich habe nur gehört, dass Scooter übertragen werden sollte, auch auf die Bildschirme des Rathausemarkts, wollte ich schon gerade sagen. Es ist ja fast das gleiche, Hafengeburtstag und Rathausfest, auf die Bildschirme vom Hafengeburtstag und dass dann, ich glaube, während des Konzertes der Hälfte irgendwie weggeschnitten worden ist und dann wurde irgendwie so ein Moderationsbeitrag gezeigt. Nein. Doch. Okay, super. Und dann? Leute geboot oder was? Natürlich. Ja. Fanden sie halt natürlich doof. Okay, das war ein Fail und dann haben sie wieder hingekriegt, repariert? Ne, das war ja kein Fehler, das war ja extra. Also die haben ja extra gesagt, okay, jetzt bitte, eine Viertelstunde Scooter und dann eine Viertelstunde Redebeitrag. Deshalb haben wir nur, respect the man in the ice cream win. Aber hey, come on. Sachen vom Wochenende. Sagen wir mal einfach, Rathausmarkt, irgendwie gut gelaufen, Leute waren gut drauf, viele Konzerte, schön gefeiert, Schlepperballett, irgendwie kurz nochmal die AIDA hingeparkt und also... Ich war Sonntag im Nordspeicher, da habe ich gearbeitet und da hat man auf jeden Fall auch echt immer diese ganzen Sachen da gehört. Die machen auch ganz schön einen Krawall da, ne? Mit dem Tuten und die Schiffe und das, genau. Also es ist echt ganz schön Brimborium da, selbst bis in die Bernhard-Nordsstraße rein. Ich kann den Hype halt nicht verstehen, aber ich sehe es halt einfach an wie ein Straßenfest. Ich glaube, so die Leute so halt aus dem Hamburger Umland kommen. Es ist irgendwie Sonntag, schönes Wetter und dann Ahrensburg kommt und Pinneberg kommt und dann wird irgendwie Kind und Kegel eingeparkt und ein bisschen Musik gibt es für umsonst. Ich meine, andererseits kann man es auch nicht verübeln so, aber ich glaube, die wenigsten Hamburger gehen da hin, ehrlich gesagt. Wer sind wir, dass wir den Hafengeburtstag verurteilen können? Und genauso mit St. Pauli halt auch. Das zum Beispiel fand ich echt eine schöne, das war ein schöner Vibe. Ich weiß nicht, du warst ja auf dem Sonntag auf einem Konzert. Genau, ich bin Sonntag um Mitternacht oder sowas zurückgefahren mit dem Rad und da waren immer noch Leute glücks- und bierselig auf den Straßen und immer noch, klar, vom Jolly Rogers immer noch dicke Traube und so. Mit den St. Paulianern zusammen, es gibt, also ich habe auch ein Video geschickt bekommen von einem meiner ehemaligen Mitbewohner, der ultra St. Pauli-Fan ist und da gibt es so eine Szene, wie Hartel halt noch so ein Bengalo in der Hand hat und halt richtig hart mit denen gefeiert hat und er meinte so die ganze Zeit, die spielen doch noch ein Spiel, wie können die heute so hart zaufen, die waren alles so besoffen. Und dieser krasse Platzsturm, wie viele Leute sich dann halt, ich möchte nicht wissen, wie es jetzt, also wie der Platzwart heute so auf den Platz kommt und nur denkt so, ach, shit. Oder es ist ihm scheißegal. Es ist ihm scheißegal. Ich glaube, alle Leute haben ein Stück von Rasen mitgenommen. Ich habe auch so ein paar Menschen gehabt, die haben sich ein Stück von der Trainerbank mitgenommen und haben das Ganze so präsentiert. Ja, nach 13 Jahren wieder Erste Liga und vor allen Dingen Stinkefinger Richtung HSV. Richtig, da kannst du auch mal für 150.000 Euro Schaden einrichten. Also ich weiß ja nicht, was so ein Platz kommt. Aber ist ja auch in Ordnung, lass die Leute feiern. Aber ohne zu tief einzusteigen, ich meine, machen wir uns doch mal ehrlich, nächstes Jahr, das wird nicht einfach. Also wenn dann sowas wie Dortmund, Bayern, Leverkusen, keine Ahnung, sowas kommt, das ist, die halten sich doch nicht ernsthaft da lange, oder? Was glaubst du, können ja nur gewinnen im Grunde. Die können nur gewinnen. Können nur gewinnen, erwartet auch keiner wahrscheinlich. Vielleicht schaffen sie es nicht so wie Heidenhain. Ja, sowas vielleicht. Einfach ganz entspannt, zehn Spiele gut spielen, gewinnen, irgendwie den Klassenerhalt so über die Linie. Weil andere noch schlechter sind. Und warten, bis der HSV nach oben kommt. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Wer weiß. Ey Antoine, du kamst hierher im Sinne von, wir könnten ja auch mal über mein neues Projekt sprechen und das finde ich auch total legitim, das zu tun. Gerade der Forscher, man hat ja schon gesagt, du bist der Drummer von Fluppe, aber jetzt bist du auch der Drummer von Station 17. Richtig. Was, meine erste Frage ist, wo ist Station 17? Ja, Station 17 ist eine Hamburger Band. Und das Besondere ist, dass es eine Inklusionsband ist und ist eine Band, die unter anderem bei der Barna 16 angegliedert ist, die wiederum auch hier unweit der Hebebühne halt ihre Proberäume haben und da bin ich seit, ich glaube ich habe letztes Jahr im August die erste Probe mit denen gehabt und das ist eine, ich muss gerade nachdenken, acht- oder neunköpfige Band. Achtköpfig, wenn wir alle dazuziehen glaube ich. Und gibt es schon seit 30 Jahren. So lange gibt es sie schon? Tatsächlich, ja. Und es würde viel Zeit in Anspruch bringen, glaube ich, sich mal durch die Chronologie zu hören und macht aber total Spaß und auch sich so anzugucken, wie diese Band sich auch so ein bisschen entwickelt hat. Und ja, ich glaube, wurde von Kai Beusen gegründet in seiner Zeit und ist eben eine Band. Wer ist Kai Beusen? Kai Beusens, glaube ich, war, ich glaube, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, war Mitarbeiter bei der Alsterarbeit und hat Lust gehabt oder wollte unbedingt irgendwas mit den Menschen mit Behinderung machen, da hat er gearbeitet oder gejobbt und hat dann eben, glaube ich, auch gegen verschiedene Widerstände versucht oder eben dieses Musikprojekt dann eben angefangen auf die Beine zu stellen und das voranzutreiben mit Albumveröffentlichung richtig und auch Auftritten und so weiter und so fort und hat, glaube ich, was so den Bereich Musik und Musik mit Menschen mit Behinderung schon, glaube ich, kann man schon sagen, durchaus ein Stückchen weit Pioniersarbeit geleistet, um das Thema so in Deutschland voranzutreiben. Es gibt ja mittlerweile auch andere Bands, die das auch machen. Die Bahner hat da ja auch noch zig andere Bands. Station 17 ist ja nicht die einzige Band, die dort in dem Bereich ist, sondern es gibt ja auch noch deinen Fahrdienst und Habitat und so. Da gibt es ja auch noch andere Bands. Aber Station 17 ist wahrscheinlich das? Station 17 ist so das, glaube ich, was so medial am bekanntesten ist, weil dann gibt es da ZDF-Beiträge und Station 17 haben beim Hurricane gespielt. Und das weiß ich nicht. Auch beim Oakfield, das ist meine erste... Ja, genau, da habe ich sie übrigens auch schon mal irgendwann gesehen vor ein paar Jahren und fand es auch schon ganz cool, hätte ich nie gedacht. Das war mein erster Berührungspunkt. Da hat noch Saskia von Schrottgrenze... Schlagzeug gespielt, ja. Schlagzeug gespielt, ja. Und war so über... Also ich kannte, ich kannte nicht, ich wusste auch nicht, was das für ein Projekt ist. Ich dachte, es ist irgendwas Hippes, irgendwas Hippes Neues aus Hamburg, was ihr da aufs Oakfield hingepackt habt und war dann sehr überrascht, wie... mit was für einer Energy diese Band auf die... also von der Bühne aufs Publikum etwas übertragen hat, was ich überhaupt gar nicht einschätzen konnte. Was ist denn das eigentlich? Damals war noch ein junger Autistsänger. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch... Du meinst Marc, Marc ist nicht mehr dabei. Genau, das kommt natürlich hinzu, wenn so eine Band oder so ein Projekt seit 30 Jahren besteht, dann hast du halt Änderungen im Lineup, also Änderungen bei den Personalien. Das fängt im Grunde bei allen Positionen an, von Gitarre bis Gesang. Ich glaube, der, der mittlerweile am längsten dabei ist, ist Ernesto, ich glaube, seit 16 Jahren. Ich glaube, Sebi am Keyboard ist, glaube ich, auch schon etliche Jahre dabei, ich glaube, ein bisschen weniger, aber auch, genau, aber z.B. Matze aus der Mutter oder ich, also ich bin seit dreiviertel Jahren dabei und Matze ist, glaube ich, auch erst, müsst ihr lügen, zwei, drei Jahre dabei. Also es ändert sich auch mal, Matze wie Bass, oh, ja, ja, genau. Also du hast recht, es ändert sich immer, weil das hat natürlich auch einfach ganz rein pragmatische Gründe, also wenn dann halt Leute umziehen oder einfach sich nicht mehr danach fühlen oder sich auch musikalisch Dinge entwickeln, dann, genau, geht das. Dann kann man, dann kann man oder muss man die oder will man die auch austauschen oder ändern, das ist ganz natürlich im Grunde, ja. Wie muss ich mir den Unterschied zu einer normalen Band vorstellen? Gehen wir erst mal von außen nach innen. Gibt es ein Management, gibt es eine Booking-Agentur? Es gibt eine Booking-Agentur, ja. Die Booking-Agentur ist DQ Booking, die auch Bands machen wie z.B. Die Nerven oder Messer, sowas vertreten halt oder Fotos oder sowas, also total coole Agentur. Früher war das ganz lange, glaube ich, bei Howdy Booking, also dem Booking-Departement von Tapete-Records. Das ist auch die Plattenfirma, beziehungsweise Büro B macht die ganzen Veröffentlichungen und das heißt, da gibt es so ein gewisses Setup und es gibt eben vor allen Dingen ganz, gibt eben diese Proberäume, wo wir ganz regelmäßig freitags von, ganz spießig von 10 bis 16 Uhr einfach da erst mal proben und wir fahren genauso auf Tour oder spielen genauso auf Festivals wie alle anderen und was jetzt vielleicht ein bisschen besonderer ist, ist halt einfach, das ist eine wahnsinnig große Band. Wir fahren mittlerweile schon mit zwei Bussen los, das heißt, es ist immer relativ umfangreich. Dann gibt es, wie bei vielen anderen auch, es gibt einen Toningenieur, der dabei ist, es gibt relativ viel Equipment, es gibt viele Sänger. Also das ist so von sich aus das Projekt schon relativ umfangreich und an und für sich die Proben sind, rein, aufbauen, Set spielen, an neuen Sachen, Jam, das ist im Grunde eigentlich nicht so, was den Kern, also die reine Musikalität angeht, ist das nicht, da spüre ich da keinen Unterschied erst mal. Also viel anders. Es ist umfangreicher, das ist es wohl, ja. Insbesondere zu Fluppe, das sind wir zu viert, das ist irgendwie alles viel schneller auch, viel kleiner und auch viel, viel agiler und das ist natürlich hier nicht. Man muss dazu sagen, dass die Musiker bei der Bahne angestellt sind, das heißt, da muss man dann auch so ein bisschen gucken, wenn wir auf ein Wochenende kommen, dass die Ausgleichstage bekommen, also wenn wir am Wochenende proben oder wenn wir am Wochenende ein Konzert haben, dann kriegen die wiederum andere Tage frei oder wenn zum Beispiel Konzerte in der offiziellen Schließzeit sind, dass man da im Grunde Anträge stellt, dass sie entbunden werden aus diesen Schließzeiten oder ausgenommen werden, das ist so ein bisschen problematisch, aber ansonsten ist das erst mal so. Die sind angestellt als Musiker und wir anderen sind Honorarkräfte. Okay. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast ja gerade gesagt, ihr seid als Musikerinnen angestellt. Hast du schon vorher Berührungspunkte gehabt mit Menschen mit Behinderung? Nur im Zivildienst tatsächlich. Du bist Zivildienstleister gewesen. Und dann hast du Zivildienst geleistet, wo? Ich habe einen Schulbegleitungsdienst gemacht, da habe ich ein fast komplett blindes Mädchen betreut. Das war aber ehrlich gestanden ziemlich easy, weil sie war äußerst selbstständig und total gut sozial eingebunden im Freundeskreis und so weiter und so fort. Da ging es dann tatsächlich eher darum, organisatorisch ein bisschen zu helfen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch ein bisschen auch ehrlich gesagt die Schnittstelle zu den Lehrkräften, also Sachen groß kopieren, wenn es Ausgleichszeiten gab bei Klausuren oder bei Tests, dann die Arbeit einzusammeln, weil die Lehrer dann zum Beispiel in den nächsten Unterricht mussten. Solche Sachen, da ging es eher so um sowas, vielleicht auch im Zweifel mal, wenn Lehrer nicht immer auf dem Zettel hatten, dass von knapp 30 SchülerInnen dann eine fast blind ist, dass die jetzt vielleicht beim Sportunterricht den Ballsport nicht mitmachen kann, dann auch nochmal kurz aufzuzeigen, so Herr oder Frau sowieso, wir bleiben dann mal hier oder so. Also es ist aber äußerst selten auch vorgekommen. Es ging eher, ehrlich gestanden, um organisatorische Dinge. Und ich glaube, ich war noch einmal die Woche dann in der Betriebsstätte, weil die Stunden nicht gereicht haben und habe dann noch Hausmeister-Tätigkeiten und so gemacht. Also super easy im Grunde. Und jetzt zu dem Unterschied zu dem, was du jetzt bist. Also bist du wirklich jetzt gerade nur Musiker oder bist du Musiker mit… Sozialarbeiterkompetenz meinst du? Ja genau, es ist ja nicht so, dass du dann wie in einem Flupperproberaum dann reingehst, einen schlechten Tag hast, am Schlagzeug sitzt und halt einfach mal den Sänger von der Seite halt dumm anblöckst, weil er schon wieder seinen Text vergessen hat. Oder beim Songwriting dich mit Händen und Füßen gegen ein bestimmtes Riff wärst, weil es halt so cheesy ist und dann halt auch mal vielleicht den Antoine rausholst, den die Freunde dann schon kennen und man sagt so, ja, er hat jetzt gerade wieder seine Phase, aber ey, ich kann mir vorstellen, dass das, glaube ich, kontraproduktiv wäre. Vorher genau. Also du hast total recht, ich bin ja kein Sozialarbeiter oder habe auch jetzt nicht soziale Arbeit oder sowas gelernt oder studiert oder so. Das heißt, offiziell ist erstmal so, bin ich Schlagzeuger. Und natürlich kommt man aber nicht umhin, gerade in diesem Konstrukt, immer einen Blick für andere Dinge zu haben, da wird man in so eine Rolle, unweigerlich kommt man da rein. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel einen Blinden in der Band und wenn der zum Beispiel auf Klo möchte, egal, sei es jetzt, wenn wir auf Tour sind oder wenn wir bei Konzerten sind oder bei der Probe, man kann nicht davon ausgehen, dass der da einfach alleine über eine Bühne, die er nicht kennt, rumläuft. Weil da liegen überall Kabel, da sind Amps, da sind Mikros. Das heißt, ja, ich bin zwar offiziell oder man ist zwar offiziell erstmal als Instrumentalist dabei, aber du bist automatisch immer ein bisschen in so einer Doppelrolle, automatisch. Also du musst immer gucken, kleine Sachen sowas zum Beispiel oder dass du eben die Sachen für die mit aufbaust, Keyboards mit aufbauen, gucken, dass sie im Grunde dann, dass die Mikros, sie haben jetzt auch personifizierte Mikros, dass die Mikros eingesammelt werden, so kleine Sachen organisatorisch. Und ja, das ist schon so. Und es war auch lange so, dass, wenn die Band auf Tour ist, dass noch einer von den Festangestellten von der Barna mit dabei war, so als weitere Hilfskraft. Aber die Band gibt es, wie gesagt, seit Ewigkeiten und die wissen auch, was sie machen und die einzelnen Musiker und einzelnen Mitglieder. Das heißt, das ist ehrlich gesagt auch einfacher, als man glaubt und eingespielter, als man glaubt. Nichtsdestotrotz ist es schon so, na klar, wir fahren dann den Van. Also es gibt natürlich Punkte, um die wir nicht umhinkommen oder die dann einfach total klar sind oder Check-in im Hotel. Na, ist doch klar, dass wir das dann machen in der Regel so. Aber die sind wahnsinnig selbstständig, auch mit vielerlei Dingen. Das unterschätzt man tatsächlich. Und rein musikalisch kann man aber genauso sagen, das passt mir nicht. Da kann man genauso seine Avancen haben oder seine Vorstellungen haben und sagen, hier, das will ich nicht oder das ist viel zu laut oder was weiß ich nicht. Also auf einer rein inhaltlichen Ebene, da gibt es nicht, dass man für die anderen mitguckt oder dass man für die anderen schreibt, sondern da ist erstmal, das ist ein Kollektivprodukt. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Heißt sozusagen, dass die Rhythmus-Fraktion oder die Gitarren-Fraktion Menschen ohne Behinderung sind oder gibt es da so ein Ding, wo wir sagen, ja okay, wir möchten gerne, dass der Untergrund halt fest ist, festgebaut mit Muckern und der Rest wird nicht aufgefüllt. Das klingt so doof, aber wie soll ich das sagen? Ich verstehe schon, was du meinst. Ergänzt klingt auch nicht so richtig gut, aber ich ahne schon, was du meinst. Ich kann dir sagen, wie es aktuell ist. Ich spiele Schlagzeug, Matze spielt Bass und Nils spielt Gitarre. Tatsächlich würde man dann demnach glauben, das sei der sogenannte Untergrund oder die Rhythmus-Fraktion, die im Grunde keine Beeinträchtigung hat und die anderen vier, also Percussion, Gesang, Gitarre, Keyboards sind im Grunde Menschen mit Behinderung. Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass sich das ehrlich gesagt aus den Fähigkeiten und Fertigkeiten ergibt aus dem Pool, die dazu vorhanden sind. Also es ist gar nicht, ich würde nicht glauben, dass das so festgeschrieben ist seit 30 Jahren. Also das ist glaube ich einfach, hat sich so ergeben oder ist so gewachsen oder ich weiß es nicht genau, weil ich auch erst seit, wie gesagt, dreiviertel Jahr dabei bin. Also es kann genauso gut sein, dass ich es einfach schlicht ergreifend nicht weiß. Ich wurde gefragt, willst du Schlagzeug machen? Könntest du dir das vorstellen? Dann hast du mal Lust zum Vorspiel zu kommen und Band kennenlernen und so ist das passiert. Aber ich glaube, was schon sinnhaft ist, ist zum Beispiel, dass in ganz zentralen Positionen sind natürlich die Gesänge und das ist natürlich dann schon auch, sind alles Leute der Bahner. Ja, also von Nils Matz und ich, wir singen nicht. Wer schreibt die Texte? Texte ist ein ganz interessanter Aspekt. Das ist, glaube ich, kommt vor allen Dingen, da kann sich, glaube ich, auch jeder einbringen erstmal, das ist sowieso möglich bei allem und da sind es häufig Kooperationen. Also das ist sowieso eine Besonderheit bei Station 17, dass Songweise, Kooperation oder auch ganze Alben werden immer oder häufig so in so einer Art Kollaboration entwickelt. Auf dem letzten Album zum Beispiel war das Andreas Dorau, der eben im Grunde so ein bisschen, ich könnte sagen, so ein bisschen Schirmherrschaft für das Album übernommen hat, der dann eben auch mitsingt oder als Featured-Guest sozusagen dabei ist, der so ein bisschen vielleicht auch produziert und der sich dann auch vereinzelt die Texte dann eben mit einzelnen Leuten anguckt, zusammenschreibt. So, das ist so. Oder es gibt auch so eine Doku, da kann man das sehr gut sehen, da gibt es ein Feature mit Fettes Brot und da sieht man zum Beispiel auch, dass die drei von Fettes Brot mit einer, die ist auch schon, glaube ich, gar nicht mehr in der Band, wo es da so geht, was sind denn Ideen, da geht es dann so um Wetter, was ist am Wetter gut, schlecht, was kann man da so ein bisschen rausarbeiten und so, wie kann man es auch witzig gestalten. Also da gibt es so eine Diskussion an so einem Tisch in dieser Doku, das würde ich behaupten, passiert ziemlich im Austausch, also so ein bisschen wie so eine Text-Session im Grunde klassisch. Also es gibt nicht einer, der sagt, das ist es und da geht auch gar nichts drüber oder dran. Also wenn ich mich an den Auftritt beim Oakfield, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann weiß ich, du hast Mark hieß er, ne? Mark, glaube ich. Ich glaube, du meinst Mark. Jemand, der Autist war. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass alles, was in diesem Moment über seine Lippen kam, alles frei improvisiert gewesen ist. Geil, so ist es auch. Und ich musste sofort dran denken, ich habe ja auch Zivilist gemacht, irgendwie, das ist doch schon lange her, 2002, 2003 und hatte auch so einen wundervollen, tollen Menschen, Autist, den ich betreut habe und mit dem ich mal zum Schwimmen gefahren bin, aber ich wusste, der braucht die ganze Zeit meine Anwesenheit, weil er sonst immer zu jungen Mädchen hingegangen ist und sie küssen wollte und umarmt werden wollte. Der brauchte ganz viel, der brauchte ganz viel Nähe und er brauchte ganz viel Liebe und das war, also das klingt so übergriffig. Ich wusste, ich musste immer dabei sein und ich wusste, ich konnte dann jetzt ja sagen, so ey, Digi, komm, komm, das ist gerade ein bisschen zu viel, okay, warum ist denn das zu viel, weil es halt gerade zu viel ist, okay, in Ordnung. Und es war immer so, wenn ich mit dem halt unterwegs war, es war super spannend, weil ich nicht wusste, was als nächstes passiert mit dem. Alles war immer sehr, sehr herzlich, aber es war so, ah, was passiert gleich als nächstes auf der Bühne und ich kann mir auch vorstellen, dass genau der Punkt auf der Bühne ist, dass du nicht weißt, was gleich passiert. Das habe ich nicht. Nee? Tatsächlich nee, weil die sind einfach, also was die Songs angeht, man glaubt das gar nicht, die sind total streng, wenn da nicht ein Ton da sitzt, wo er hin muss. Die sind ganz, ganz ehrgeizig. Die proben zum Beispiel auch, wir proben ja alle zusammen am Freitag und es kann aber mal sein, dass sie auch unter der Woche nochmal, nochmal, obwohl sie die Stücke schon Jahre kennen, dass sie es nochmal für sich spielen oder sowas. Die sind total ehrgeizig und ganz total genau. Es gibt tatsächlich an einer Position, würde ich sagen, so ein bisschen so den Zufallsfaktor oder an zwei, das ist nämlich genau einmal bei Text, hast du nicht recht, es gibt so Stücke, die sind instrumental total durchgeschrieben und auch aufgenommen und so und da gibt es aber eben, seiner Zeit war das Marc, aktuell sind wir gerade dabei mit, die heißt Helene so ein bisschen, Dinge zu erarbeiten und so, die dann über ihren, Achtung, Urlaub auf, ich glaube, La Gomera oder sowas erzählt und das fällt ihr in den Kopf ein und kommt irgendwo dann hinten raus und landet irgendwo bei La Gomera und am Ende erzählt sie über das Einhorn, also das sind dann eher so fragmentarische Geschichten, die sie dann da über das erzählt oder das singt, was dann von sieben anderen da musikalisch sonst noch gemacht wird. Das ist genau das, was du, glaube ich, meinst. Das ist fantastisch, es ist so Punkrock. Das ist, genau, es ist im Grunde aus dem Moment raus einfach, das kommt mir in den Sinn, also im Grunde, was sind die Worte, Freestyle, das ist so tatsächlich, zumindestens was Text und Gesang angeht, das stimmt, aber was die anderen Musiker angeht, die sind wahnsinnig genau und wenn bei Sjavash, der als Beispiel Gesangseffekt bei ihm nicht genauso ist, wie er es eigentlich kennt, dann fragt er dich so lange, warum das nicht so ist und ob man das bitte mal ändern kann, dass das wirklich dann so ist, endlich, also und der zweite Aspekt ist, Philipp Riedel ist auch Autist und der hat schon auch so seine Sounds, zu welchem Stück er spielt, aber was genau er spielt, das ist so ein bisschen im Grunde auch, das ist so ein bisschen der Überraschungsmoment, das kann man schon sagen, da weiß man so grob, welcher Sound kommt, da weiß man auch so grob, das klingt auch alles gut und ordentlich, es ist so, aber ich würde sagen, es ist nicht immer das Gleiche, so genau, aber am Ende, wenn man es ganz ehrlich ist, am Schlagzeug, ich mache ja auch nicht immer dasselbe Fill an genau derselben Stelle, außer es ist jetzt wirklich total wichtig, aber ob ich jetzt nach vier Tag oder acht Tag da Tomsnare Tom spiele oder Tom Tomsnare oder sowas, das ist ja ein bisschen egal, Musik steht ja auch in dem Moment und muss man ja auch fühlen, aber ja, genau, die anderen, eigentlich sind wir sehr genau, aber in dem Fall bei Philipp und bei Helene gibt es schon so Momente des Zufalls. Warst du schon mit denen auf der Bühne? Ja, wir waren in Berlin im About Blank, die haben so ein großes Festival oder Wochenende gemacht mit verschiedenen Live-Acts, Umschat war dabei und wir auch und da haben wir Open Air gespielt, das war sehr schön, ja, das war auch tierisch anstrengend, ehrlich gestanden, anstrengend? Berlin, voll, warm, Anfahrt, Abfahrt, wenig Soundtrack-Zeit, dann aber mit sieben Leuten auf eine kleine Bühne, so Konzert entschädigt dann, aber für mich natürlich auch erster Live-Gig, also irgendwie viel neu, Playbacks, dann auch zurechtfinden, mit der Truppe überhaupt mal auf Tour zu fahren, das ist noch nicht gelernt, auch meinerseits nicht. Ist es denn möglich, eine Tour zu fahren? Also eine Tour, wie wir sie kennen, also mal zwei Wochen, also 14 Tage mal raus, unterwegs, Klassenfahrt, verschiedene Locations, ist das angedacht? Ja, also haben die schon gemacht in der Vergangenheit, die waren sogar, also Station 17 war sogar mal seinerzeit so groß und hat so die Vorverkäufe gehabt, dass man auch mit Nightliner, wo schon unterwegs war, genau, da kommt man mal so her, glaube ich, aus den Nullern, doch, doch und letztes Jahr hätte eine Tour stattfinden sollen, so wie man das so kennt, ich glaube so sieben Termine oder sowas, so querbeet, so von Berlin bis Dresden über Köln, so das, was man so kennt, hat dann aber aus Überraschung, Vorverkaufsgründen und Post-Corona-Zeit verschoben, Klammer auf, aufgelöst und holt man jetzt so vereinzelt nach oder ist einfach ausgefallen? Also die Antwort wäre ja. Ist natürlich aber, wie gesagt, wie ich eingangs meinte, ist es natürlich etwas aufwendiger mit zwei Vans losfahren und das ist natürlich von der Infrastruktur nicht so einfach, genau, aber es gibt, es gibt eine Agentur, es gibt eine Albumveröffentlichung, es gibt eine ganz klassische Promo, das ist alles erstmal so da. Was schreibt ihr gerade? Ich würde sagen, wir sind so in den Kinderschuhen für neue Sachen, ja. Wann ist denn das letzte Album rausgekommen? Ja, du fragst mich was. Entschuldigung, du bist der Dörmer. Das letzte Album war ein Remix-Album, We Bitte Remix, ich glaube das Album hieß We Bitte und ich glaube das Remix-Album kam letztes Jahr und das We Bitte kam davor, sprich 22 und 23 waren die beiden Veröffentlichungen. Ey, das ist ja noch relativ fresh, ne? Fresh. Ohne Regen, kein Regenbogen. Das ist das mit fettes Brot, glaube ich, was du meinst. Genau und ich sehe gerade Bienen am Fenster, das ist die zuletzt erschienene Single. Ja, anlässlich Andreas Dorau's Geburtstag. Andreas Dorau, warum sagt der mir was, dieser Name? Hamburg, ich weiß nicht, ist der in Hamburg mittlerweile, aber ist, glaube ich, tief hier in dieser Hamburger Musikszene verwurzelt und ich glaube seit jeher ganz lange schon mit Tapete-Records viele Sachen veröffentlicht und so. Ja, genau. Das sind so diese HamburgerInnen, die niemals eine richtig große Welle im Mainstream geschlagen haben, aber jede Person kennt sie und weiß, wer das eigentlich ist. Das ist auch so ein Punkt, wie ich denke halt immer, ja, Rocco Schamoni ist noch ein anderes Beispiel, ist halt, der hat schon seine, der hat schon seine. Ja, Studio Braun war doch, finde ich, ein Müh, jetzt auch durchs Theater dann und so, die haben dann schon noch ein paar Sachen noch, ja genau, und auch durch Frag, du hast den Film und so, aber ich glaube, so in diese Richtung geht das schon, was du sagen willst. Ja, im Sinne von, nicht bekannt nur für eine Sache, sondern überall seine Finger mit da drin. Hier mal hier ein Pudel, dann Theater, dann genau, was du meintest, Studio Braun, dann gibt es irgendwelche Lesungen und dann denkt man sich, wann machst du denn du das eigentlich die ganze Zeit und womit verdienst du eigentlich dein Geld? Voll, ja. Wie viele Projekte kannst du eigentlich machen und gleichzeitig irgendwie deine Miete bezahlen? Aber, ey, schön, dass du da einen Platz gefunden hast. Geht es dir dadurch besser? Weiß ich nicht. Weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es mir unheimlich viel Spaß macht und dass es ein guter Freitag ist, wenn wir da immer proben und dass es erstmal echt für den Moment echt eine gute Erfahrung ist und das so nach Jahren in kleiner Besetzung oder mit abgespeckten, also zu viel ist jetzt auch keine kleine Besetzung, aber nach Jahren mit Fluppe und nach zwei Alben und einer EP und dass es irgendwie ganz schön ist, jetzt mal so einen ganz anderen Blick auf Musik zu haben und im Grunde nur so ein Teil zu sein von etwas, das schon man nicht gegründet hat, dass es schon viel länger gibt, das schon eine Geschichte hat, in das man reinkommt, also Teil von was zu werden, wenn du verstehst, was ich meine, anstatt es von alleine aufzubauen. Das hat ja auch manchmal was. Also so im Grunde so der Aspekt des Aufgenommenwerdens und erstmal, wo die Herausforderung ist, nicht das alles aus sich zu schöpfen und was will ich, die Frage des was will ich, sondern erstmal die Frage zu beantworten oder sich erstmal das anzueignen und sich damit auseinander zu setzen mit, was war denn eigentlich und das dauert auch ein bisschen und das dann irgendwann zusammen zu machen und daraus dann was Neues zu entwickeln. Macht ihr denn auch so etwas wie, also gibt es denn so Zielsetzungen? Ich meine, wir sind ja beide aus diesem klassischen, wir gründen eine Band, wir produzieren ein Album, wir möchten im besten Falle, dass dieses Album gehört wird, wir haben ein Label oder eine Booking-Agentur, wir möchten auf Tour gehen, wir möchten das nächste Album produzieren, das soll natürlich schon ein bisschen erfolgreicher sein, als was das davor ist und die Clubs sollen ein bisschen größer sein, vielleicht sollen ein paar mehr Leute kommen, man will gehört werden. So, man will gehört werden und man möchte in irgendeiner Form gesehen werden und hat den, also ich weiß, dass das immer ganz klare Ziele sind, alle zwei Jahre gibt es ein Album und daran müssen wir arbeiten, dass das halt stattfindet, dass wir immer mehr Wachstum halt haben, so blöd gesagt, so dieser kapitalistische Gedanke des Wachstums und wenn kein Wachstum entweder in den Clubs oder an den Streamingzeilen herrscht, dann hat man dann immer das Gefühl gehabt, ja, ja scheiße, läuft nicht. So, ist da eine andere Ambition da? Nö, die Ambitionen sind im Grunde, ich würde sagen, wie bei vielen anderen Bands auch, die Musik soll irgendwie hörbar gemacht werden, man will auf Tour, natürlich freut man sich über Festivalauftritte, über Konzerte, über gute Gagen, das Übliche, also über jede verkaufte Vinyl, das ist schon so da, aber dass man jetzt irgendwie so einen Fünfjahresplan aufstellt, so würde ich jetzt so bis jetzt nicht mitbekommen, aber es gibt schon Wünsche, es gibt natürlich Absprachen auch mit Partnern, so wie Booking-Agentur, wie mit einem Label und natürlich auch mit der Verwaltung der Bahner gibt es schon Zielsetzungen, Mensch, das kann auch ein bisschen anders gelagert sein natürlich und es hat auch natürlich andere Schwerpunkte, es hat auch ein anderes Tempo sicherlich, so, aber es gibt schon sowas wie einen gewissen Erwartungshorizont oder eine gewisse Vorstellung von, wie viele Konzerte wollen wir in dem Jahr spielen oder welches Gageniveau wollen wir erreichen oder will man, was wollen wir ein Special machen, irgendwie ein Jahresabschlusskonzert oder irgendwas Besonderes machen, da gibt es schon, da gibt es schon Absprachen dazu, natürlich klar. Aber wo ihr mit allen in diesem Gespräch drin seid. Ja, genau. Genau, also nicht nur die sogenannten normalen Typen in der Band sagen. Und haben auch alle die gleiche Stimmen gewaltt, also ich habe auch schon eine Szene mitbekommen, wo es um Hopp oder Flop ging und dann hat jeder, jeder hat seine, hat eine Stimme und bei sieben oder acht Leuten, dann, das ist nicht, du hast mehr und du hast nur anderthalb Stimmen oder so, nee, ist tatsächlich so. Das ist aber sweet. Ja, ist richtig, also diese Entscheidung, die ich da mitgekriegt habe, war sehr basisdemokratisch. Natürlich, ich halte mich da natürlich noch sehr zurück, weil ich bin immer noch der Neue, aber genau, das war so. Wir sind hier nicht bei 30 Seconds to Mars. Das Entscheidende ist die Brüder, ne? Hashtag, auch was am Wochenende los gewesen ist, 30 Seconds to Mars. Ich glaube sogar, entweder in der Colorline, in der Colorline ist es ja nicht mehr. Haben die gespielt in Hamburg? In Barclay. Ja, die haben gespielt. Ach was, habe ich gar nicht mitgekriegt. Die Band ist aber auch ein bisschen an mir jetzt in den letzten Jahren vorbeigeflogen, ehrlich gesagt, ich habe das, ich glaube so, ein Album fand ich, glaube ich, ganz gut mit diesem Kings and Queens. Weißt du, wie lange das schon her ist? Ja, ja, genau. Ich glaube, das heißt nur War oder This is War. Das fand ich, glaube ich, seinerzeit mal ganz gut. Ich glaube, da haben die auch einen Weltrekord so aufgestellt, glaube ich, eine längste Tour oder sowas. Sowas in der Form. Genau, aber danach habe ich es irgendwie nicht mehr verfolgt. Okay, aber die waren jetzt in der Barclay-Card. Genau, die waren jetzt in der Barclay-Card. Ey, sorry, Leute, wenn ihr gerade halt dieses, dieses, hört. Ab und zu springt hier nochmal unsere Kühlung an von unserem gezapften Bier. Super nervig. Okay, aber was wolltest du jetzt mit 30 Seconds? Also du warst nicht da. Nee, das war eigentlich nur ein dummer Einwurf. Die Brüderentscheidung. Jared und? Jared und sein. Und sein Bruder. Jared und sein Bruder. Aber diesmal stand zumindest ein Gitarrist mit auf der Bühne. Der durfte sich ganz, ganz weit hinten setzen. Ja, mein Gott. Nee. Wir können ja, ich glaube, das kann man schon announcen, wir spielen mit dem Schröder-Stift Open Air, was ganz schön ist. Eintritt frei, glaube ich, in Hamburg. Wer Lust hat, kann sich das auf jeden Fall angucken. Es ist eine geile Live-Energie da und wie du ja auch schon gesagt hast, beim Oakfield schon seinerzeit. Und wer Lust hat, den lade ich hier mit von den Zuhörenden. Die Zuhörenden, am 5. Juli. Vom 5. Juli. Das ist ein Freitag. Schröder-Stift Open Air. Der kann da gerne hinkommen. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich habe da auch schon mal, das ist ja beim Schlump da, das Gelände, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere und war da auch vor Jahren mal. Das ist ganz schön, mit so Beleuchtung in den Bäumen und so einer relativ netten Bühne. Ich bin nicht der Meinung, dass ich da mal das Glockenbach-Glockenschlag-Festival. Ich glaube, dass es das Gelände ist. Aber dieses Festival existiert nicht mehr, ne? Das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob mal die Off-the-Radar-Leute da mal was gemacht haben auf dem Gelände. Aber ich kriege es nicht mehr ganz hin. Das ist voll schön da. Das war so ein Festival ganz am Anfang, als ich nach Hamburg gekommen bin, wo ich gedacht habe, hier möchte ich auch gerne mal spielen. Und dann war es irgendwann nicht mehr da. Aber Glockenschlag-Festival, war das nicht so ein Punk-Festival auch? Ja, ne? Ja, also irgendwas mit immer Gitarre. Irgendwas immer mit Gitarre. Auf jeden Fall würde ich sagen, das krasse Gegenbeispiel zum Hafengeburtstag, um mal wieder den Anfang des Podcasts wieder aufzugreifen, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall genau nicht das Gegenteil. Ja, wer sind wir, dass wir uns über den Hafengeburtstag aufregen können? Ich meine, es ist doch schön, wenn die ganze Zeit irgendwelche schönen Sachen hier in Hamburg laufen und die Leute, da fällt mir halt auch gerade dazu ein, das war ja nicht nur Hafengeburtstag, es war ja auch noch Demo. Ich war nicht da. Ich auch nicht. Ich weiß, ich kann nicht sagen, was da passiert ist, die Stadt lebt. Also kann man das nicht in irgendeinem, also keine Ahnung, aber ich hätte auch fast gesagt, überlegen wir die Behörden, das müssen die irgendwie auch alles mit Polizei und Krankenwagen und so, also ich habe jetzt kein Mitleid, aber wenn ich Verwaltung wäre, würde ich ja sagen, okay, wir verteilen das mal ein bisschen. und so, also die schieben doch alle Überstunden noch und nöcher, also die Leute. Wer hat Bock, worauf habt ihr Lust, wo wollt ihr hin? Wollt ihr zum Hafengeburtstag, wo wollt ihr zu St. Pauli? Findest doll, ehrlich gesagt, für so eine Stadt, ja. Also wie Hamburg das wieder geleistet hat, dieses Wochenende, wie Hamburg dieses Wochenende wieder geleistet hat. Eieiei, und weißt du, was noch war? Muttertag. Stimmt, am 12. Mal Muttertag. Am 12. Hast du deine Mutter zum Muttertag? Ich habe sie angerufen, immerhin. Ja. Schenkst du was deine Mutter zum Muttertag? Die hat am 10. Geburtstag und entsprechend hat sie manchmal sogar auf dem Muttertag Geburtstag. Damit habe ich das Glück oder nehme mir die Unverschämtheit raus zu sagen, hallo, da war schon der Geburtstag, es ist so dicht beieinander. Das ist das Glück oder Pech mit Menschen, die am Weihnachten zum Beispiel Geburtstag haben, am 24. oder vielleicht 25. Oder Ostern. Oder Ostern, wo das so blöd, ne? Richtig doof. Ich glaube, die Kinder, die haben mehr davon, wenn sie möglichst weit datenmäßig von Weihnachten getrennt, wahrscheinlich Geburtstag haben, irgendwie so Juli oder August oder sowas, gefühlt gibt es dann wahrscheinlich sogar mehr. Kann man sich nicht auf irgendwas berufen. Ich wollte mich eine wunderschöne Überleitung zu machen und zwar möchte ich darauf hinweisen, dass wir eine Playlist haben, die Asta Colada Nachtasyl Playlist auf Spotify und da gibt es eine Band, relativ unbekannt, die hat so einen einminütigen Kracher rausgebracht und zwar die Antilopengang mit dem Song Muttertag. Wahnsinn, ja. Und im Zuge dessen wünsche ich mir noch den Titeltrack vom neuen Justice Album, weil Justice haben nämlich ein neues Album rausgebracht und irgendwie... Und sie kommen nach Hamburg im Dezember und ich habe mal ein wahnsinnig gutes Konzert oder, sollte man sagen, Show gesehen von dem im Hurricane, fand es richtig gut und ich glaube auch schon mal irgendwann vor 20 Jahren beim Rock am Ring. Ja. Ich überlege, ob ich hingehe. Bock hätte ich. Hast du das neue Album schon gehört? Ich habe angefangen, so ein oder zwei Titel und war so, ja, der Sound ist immer noch sehr ähnlich, glaube ich, ne? Immer noch krawalliger Elektro. Es ist so ein bisschen Zeitschleife, finde ich. Aber es holt mich halt sofort ab, der Song mit Tame and Palla hat mich sofort abgeholt, wo ich gedacht habe, so, ist nix Neues? Ne, genau, das meine ich damit, ja. Aber irgendwie holt es mich trotzdem ab. Finde ich richtig gut, deshalb wünsche ich mir den da drauf. Hast du was für die Playlist? Ich würde von der Band Messer den Song Taucher draufsetzen, weil geil. Ist der neu? Nö, ich glaube die Platte kam Anfang des Jahres raus, also noch, ich sag mal relativ. Ist eine neue Messerplatte rausgekommen? Ja, die war, ich glaube das ist von der Platte. Oh mein Gott, ey, ich bekomme auch gar nichts mehr. Ja, ich glaube Februar oder so, egal, ja. Ne, ich meine, wenn am Tag 120.000 Songs auf Spotify veröffentlicht werden. Plus jede Woche neue Podcast-Folgen, kommt man gar nicht hinterher. Ey, dann weiß man gar nicht mehr, was man hören soll. Naja, der Gedanke, ha, endlos viel Content in einem endlichen System. So, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dich halt hierhin getraut hast, morgens um diese Uhrzeit. Sehr schön, was? Vielen Dank mal wieder. Ja, ich bin gefreut. Und dass du uns dran teillassen hast, was du jetzt so Schönes machst. Mit Station 17, hast du ja schon gerade gesagt, am 6. Juli. Am 5. Juli. 5. Juli. Freitag in Hamburg. Eintritt frei, brauchen wir nichts kaufen. Ah, geil. Schleiche ich mich hin. Ja. Hol ich mir ein Backstage-Spiel ab. Und dann sage ich, ihr lieben Leute da draußen, wir hören uns nächste Woche. Tschaui.